Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einer meiner Zuschauerinnen. Und zwar Allein durch diesen Satz hier sind sie schon die Traumfrau von 99% aller Männer. Denn viele Männer haben diesen Glaubenssatz, da draußen gibt es nur Frauen, die eine feste Beziehung haben wollen. Es gibt keine Frauen, die was Lockeres haben wollen. So sind die Frauen nicht. Die wollen auf jeden Fall immer heiraten und zusammenziehen und den Golden Retriever und den weißen Lattenzau. Das heißt, Kompliment, dass sie so weit aus der Matrix ausgestiegen sind, um mir allein sowas schreiben zu können. Denn die meisten Frauen, wenn die sowas denken würden oder nur ansatzweise im Kopf hätten, würden die sich selbst sagen, oh Mann, sowas kann ich nicht sagen, sowas geht doch auf keinen Fall, ich muss doch eine feste Beziehung wollen. Also, da sind sie schon einen ganzen Schritt weiter als die meisten, die man so kennenlernt. Okay, weiter geht's. Ich will ausgehen, flirten und neue interessante Männer kennenlernen. Ich bin zwar kein Supermodel, aber auch nicht gerade unattraktiv und mein Problem ist jetzt, dass mich immer nur die falschen Männer ansprechen, wenn ich abends mit meinen Freundinnen unterwegs bin. Entweder sind die Herren zu besoffen, zu asozial oder einfach viel zu lieb und nett, was für mich gleichbedeutend mit langweilig ist. Ja, kann ich verstehen. Die Männer, die mich wirklich interessieren, sprechen mich einfach nicht an, egal welche Signale ich sende. Beispiel von letztem Wochenende. Ein Typ, der mir gut gefallen hat, steht an der Bar. Ich sehe gelegentlich hin und lächle ihn an. Und was macht er? Er lächelt verlegen und offensichtlich nervös zurück, macht aber überhaupt nichts. Und sowas passiert mir ständig. Was ist bloß los mit den Männern? Meine Frage deshalb an Sie, wie bekomme ich das hin, dass mich die richtigen Männer ansprechen und welche Signale sollte ich dazu aussenden? Ja, vielen Dank für diese Frage. Und das beste Signal, was Sie einem Mann senden können, um ihm deutlich zu machen, dass Sie interessiert sind, ist, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und ihn selbst anzusprechen und nicht verantwortungslos darauf zu warten, dass doch irgendwann endlich bitte mal der richtige Mann kommen soll. Wie die Frauen das heutzutage machen. Gerade die attraktiven Frauen stehen da schön in der Reihe und warten immer schön, bis die Männer kommen, sie ansprechen und sagen dann, nein, danke, bitte der Nächste. Nein, danke, bitte der Nächste. Hm, nee, bitte der Nächste. Und dann abends heimgehen und sich darüber beschweren, dass es keine echten Männer mehr gibt, aber selbst null Verantwortung übernommen haben für ihr Single-Leben und für ihr Dating-Leben. Und das Ganze hier ist nicht böse gemeint den Frauen gegenüber, sondern das ist unsere Matrix, das ist unsere soziale Programmierung, die den Frauen praktisch in jedem Bereich ihres Lebens aufoktroyiert, eintrichtert, hey, ihr müsst Verantwortung für euer eigenes Leben übernehmen. Aber gerade in diesem Dating-Sektor, da bitte absolut überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Das ist auch das Problem der meisten Frauen-Flirt-Ratgeber, denn in, ich behaupte, 100% aller Frauen-Flirt-Ratgeber wird genau dieser Quatsch propagiert. Und es macht alles schlimmer. Das ist genau das Problem, was wir heute in unserer Gesellschaft zwischen Männern und Frauen erleben. Die Männer baggern und baggern und baggern und jagen den Frauen hinterher und machen sich zum tanzenden Affen der Frauen. Ja, und die Frauen lassen das genauso geschehen, übernehmen keine Verantwortung, machen da genauso mit und verstärken das Ganze dadurch noch. Und deshalb ist es mittlerweile an der Zeit, ja, wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert, es ist 2012, während ich dieses Video hier drehe, es ist mittlerweile an der Zeit, dass Frauen vor allem in diesem Bereich endlich Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Single und für ihr eigenes Dating-Leben. Und das heißt jetzt, dass die Frauen endlich raus müssen aus dieser Opferrolle. Immer lerne ich die falschen Männer kennen, es gibt ja gar keine richtigen Männer mehr und ich sende Signale wie verrückt, aber keiner rafft uns, sind die Männer denn unfähig, bla 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 bla. Denn dass es scheinbar nur noch Weicheier und Idioten da draußen gibt, da sind die Frauen teilweise mit Schuld, indem sie diese Dynamik nicht durchbrechen, sondern künstlich aufrechterhalten, indem sie einfach keine Verantwortung für ihr Single- und Dating-Leben übernehmen. Und genau das mache ich auch in meinen Coachings und Seminaren. Die Frauen kriegen zu hören, hey, übernimmt endlich Verantwortung, fangt an, Männer anzusprechen und erzieht die Männer auch ein bisschen, die sich zum tanzenden Affen machen, sagt, hör auf, mir dauernd SMS zu schreiben. Lass das sein, wenn du willst, dass ich mich jemals wieder bei dir melde, hör auf, mir hinterher zu rennen und dich zum Trottel zu machen. Das heißt, die Frauen können mithelfen, die Männer auch ein bisschen erziehen und ein bisschen aus dieser Weicheirolle raus erziehen, sozusagen. Okay, wie können sie das Ganze jetzt angehen? Nehmen wir einfach mal den Typ, der da an der Theke gestanden hat und wie 99% aller Männer natürlich nichts von ihren Signalen gerafft hat.